Hallo, ich bin die Nina von der Nummer gegen Kummer und zum heutigen Safer Internet Day möchte ich euch kurz etwas über unsere Arbeit erzählen. Die Nummer gegen Kummer ist die Helpline im Verbund SaferInternet.de und in diesem Verbund haben wir die Aufgabe übernommen für Kinder und Jugendliche, für ihre Eltern und andere Erziehungspersonen ein Gesprächspartner zu sein, besonders dann, wenn andere fehlen. In den Gesprächen und Mails in der Beratung hören wir dann natürlich meistens davon, wenn irgendetwas schiefgegangen ist im Netz. Sich Hilfe zu holen und anderen von den eigenen Problemen zu erzählen, ist oft ziemlich schwer. Da merken wir oft, dass die Anonymität unserer Beratungsangebote diesen Schritt enorm erleichtern kann. Also egal worum es geht, wir sind da.